Norddeutscher Rundfunk 2021 Wär bestimmt mordswütend. Also nicht auf mich, sondern auf dich. Oder du es ihm sagst. Wenn er es in deine Möse spritzt, nur weil ihn dein Haar aufbellt. Verkümmern es. Die erste Kolonialisierung war die der Frauen durch die Männer. Wir hatten die Frauen, die runde zuerst in die made. Sie haben und sie haben sie nicht geschlossen. Sie haben die Frauen nach in der Mitte des Haar der Hände. Bei der Frauen der Hände und sie haben sie wieder üzeriger. Jetzt war es eine Seite. Sie haben noch nicht nur einmal einen Schweizer Schroten. Sie haben sie fast Menschen auf Geräusche, Sie haben sie nicht gewachtet. Sie haben sie für die Tome. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020